Genau genommen ist Deidesheim zwar ein hübsches, aber verschlafenes Nest in Rheinland-Pfalz, das sich allenfalls durch den Anbau leckere Weine hervortut. Nur die wenigsten wissen, dass hier auch eine der größten und modernsten privaten Schönheitskliniken ihren Sitz hat, die Musenhof-Klinik. Hier werden zahlreiche neue und vor allem sanfte kosmetisch-chirurgische Verfahren entwickelt und eingesetzt. Das Besondere an der Klinik ist aber sicher das außergewöhnlich breite Angebot. Von der Hormontherapie über die Laserbehandlung oder den Zahnarztbesuch bis hin zum chirurgischen Eingriff ist alles zu haben. Und für jeden Bereich stehen hochqualifizierte Experten bereit. Die Patienten kommen zu uns, in vielen Fällen kommen die her und sagen, wir sind nicht mehr mit uns zufrieden, mit unserem ganzen Körper, wir sind schlafmüde, abgeschlagen, hinfällig, wir fühlen uns nicht wohl. Und dann kommen die zu uns, dann machen wir eine entsprechende Aufbaukur. Oft sind es Hormonkuren, die durchgeführt werden, wenn ein entsprechender Mangel an Hormonen besteht. In vielen Fällen wird oft ein Facelift oder eine Augenkorrektur mit angeschlossen oder es kommt zu einer Fettabsaugung gleichzeitig. Gleichzeitig werden oft Zähne implantiert. Also man kann rund um den gesamten Körper auffrischen, regenerieren, aufbauen. Und die Patienten gehen hier nach einer Woche wieder raus und sind glücklich und zufrieden, fühlen sich wohl in ihrer Haut. Auch der 53-jährige Roland Kapp will sich in seiner Haut wieder wohlfühlen. Schon seit Jahrzehnten kämpft der Vertreter für Werkzeugmaschinen mit einem Ring um die Hüfte. Und das, obwohl er regelmäßig Sport treibt. Vor allem bei seinen Strandurlauben ärgerte er sich über den lästigen Schwimmring und entschließt sich deshalb zur Fettabsaugung. Das ist also ein leichtes Stichen, aber das ist mit mir, wie wenn man eine Spritze bekommt. Das ist aber eher noch ein bisschen schwächer. Der Eingriff unter örtlicher Betäubung hat keine vier Stunden gedauert. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht notwendig und das Ergebnis bleibt für immer. Denn einmal abgesaugte Fettzellen können sich nicht wieder neu bilden. Zwar scheint ein Bauchansatz kein großes Problem zu sein, aber für viele Menschen sind derartige Makel, wie zum Beispiel auch die sogenannten Reithosen bei Frauen, eine ernsthafte Belastung. Die meisten Patienten, die zu uns kommen, haben wirklich ein echtes Bedürfnis. Die haben echte Probleme und haben echte Sorgen. Die leiden unter ihren Problemen. Es ist auch nicht so, dass man hier irgendwie einem billigen Trend nachläuft oder irgendeinem Jugendlichen wahn, sondern es ist ein echtes menschliches Urbedürfnis, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Eine solch perfekte Nase hat sich Ramona Theobald immer gewünscht. Doch bis vor kurzem verzierte noch ein unschöner Höcker ihr Riechorgan. Auch dieser jungen Frau konnte geholfen werden. Seitdem, so sagt sie, habe ihr Selbstbewusstsein einen echten Schub bekommen. Man merkt schon, dass ich mir zum Beispiel auch andere Frisuren mache. Oder früher habe ich nur die Haare vor dem Gesicht gehabt. Und heute ist es doch anders. Man fühlt sich einfach freier. Befreien möchte sich auch diese Patientin und zwar von einigen Falten und schlaffen Hautpartien. Das Soft-Facelifting, ebenfalls unter lediglich örtlicher Betäubung, ist eine äußerst schonende Methode, wie man hören kann. Sehen Sie mich? Ja. Soll ich was sagen? Nein. Nein? Alles gut. Durch die spezielle Operationstechnik ist die Gefahr einer Verletzung wichtiger Nervenstränge praktisch ausgeschlossen. Prinzipiell ist es ganz wichtig, dass die ganzen kosmetisch-chirurgischen Eingriffe erstens mal so weit wie möglich ungefährlich sind, dass sie risikoarm sind. Dass man sehr natürliche Ergebnisse durch diese Behandlung hervorruft, dass es eben nicht gemacht aussieht, wie zum Beispiel am Festlift gezogen oder wie auch immer. Und dass sie relativ schnell wieder gesellschaftsfähig sind. Den letzten Schliff kann Mann oder Frau sich bei einem Besuch der nagelneuen Musenhof-Zahn-Klinik geben. Innovative und neue Verfahren kombiniert mit modernster Technik lassen Behandlungen zu, die mit herkömmlicher Ausrüstung kaum zu machen sind. Während einiger Tage Urlaub in der Weinstadt Deidesheim kann also, wer will, praktisch nebenbei fast jeden Makel beheben lassen. Schönheit aus einer Hand, schnell, schonend und sicher. Das ist ganz wichtig.